Locker, lockig. Wie einfach war das denn jetzt? Eine Botschaft der Ratte. Ich habe doch tatsächlich schon wieder... Mariana! In Bewegung. Sie sind der beste Meister. Sie sind der beste. Sieg. Und dafür ziehe ich mir jetzt erstmal schön fettes rein. Hier sieht man meinen tollen Festmaltisch hier. Ach, es lohnt sich. Es ist schon wieder geschehen. Unglaublich, ich verliere eine Grafschaft nach der anderen. Als nächstes bin ich wohl selbst dran. Ich bin verloren. Ich denke, ich reite besser zurück, um Verstärkung zu holen. Oh, zurückreiten? Wäre es nicht einfacher, eine Botschaft zu senden? Ihr braucht euch wirklich keine Sorgen zu machen. Ich bin zurück, ehe ihr euch verseht. Bis bald, Ehrenwerterfreund. Bis bald. Und mein nächster. Läuft. Und fast gehört der ganze Norden uns. Haha. Komm, hau mal rein. Einer schaffen wir noch. Vor vielen Tagen lang ist's her, log die Ratte, dass sich die Balken bogen. Diese Unart störte manche sehr und Pfeile bald vom Himmel flogen. Die Ratte hörte Bögen zischen und sputete sich, um zu entwischen. Doch wer Unrecht sieht, der erntet den Lohn. Auch der Ratte wird ihre Strafe drohen. Schön gesungen. Schön gesungen. Die Barden im ganzen Land geben ihr Bestes, um die Autorität der Ratte zu untergraben. Da das Urteilsvermögen von Lord Wulzack in Frage steht, übernimmt Sir Longarm die Führung. Kurz darauf erfahrt ihr, dass der nervöse Lord Manneken den Mut gefasst hat, sich mit euch gegen den Feind aufzulehnen. Der Püß, ihr müsst euch um Lord Manneken kümmern. Wenn sich auch nur ein Lord erhebt, werden es bald alle tun. Nun, äh, ich muss erst meine Grafschaften zurückfordern und, ähm, ich habe noch nicht genug Truppen, also, äh, ähm, ich erwarte noch Verstärkung von... Genug. Belagert die Grafschaft, Lord Manneken, zu, da ich lasse euch hängen. Mhm. Mhm. In Anerkennung eurer Dienste befördere ich euch hiermit zum Kommandanten aller aufständischen Truppen. Ihr habt es euch redlich verdient. Eure erste wichtige Aufgabe ist es, Lord Manneken zur Seite zu stehen, bis die Belagerung seines Bergfriedes aufgehoben ist. Lord Manneken wird belagert und es wäre verheerend für uns, wenn seine Grafschaft viele. Geht mit deiner Kompanie Lanzenträger an Land und führt seine Garnison zum Sieg. Wenn wir hier Erfolg haben, erheben sich vielleicht noch weitere Grafschaften. Die Mission ist ziemlich knackig. Letztes Mal war ich schon ordentlich hart für mich. Gucken wir mal. Wahrscheinlich hau ich jetzt ein paar Minuten über, aber es ist egal. Die Burg wird angegriffen. Schafft die Männer schnell auf die Welle. Reilt euch. Rücken aus. Boah. Was ist da denn los? Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Bogenschützen bereit. Sind auf dem Weg. Wohin gehen wir? Mein Bogen ist euer. Allzeit bereit. Mein Herr. Womit kann ich denen? Nein. Nicht alle töten. Wir rücken aus. Und weiter. Befeist auf die Mauern eingerannt. Beste Position immer zum Verteidigen. Womit. Das schaffen die nicht. Zauh rein. Wir machen Pfeils. Komm. Wir haben keine Chance. Die Burg hat Stand gehalten. Zumindest das was davon übrig ist. Zumindest das hat Stand gehalten. Also. Reparieren wir erstmal. Gucken wir uns mal an was der so hat. Hier. Man kann extrem wenig produzieren wie man gerade sieht. Ochsen jochst. Ein paar neue Wendungen. Aber man muss aus der Situation machen was sich halt machen lässt. So. Und da brauche ich da gleich auch nochmal. Eine neue Treppe hin. Hier. Als wird das nix. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Pfeilmacher. Das ist ja wohl eben. Klar. Das sind jetzt schließlich unsere Hauptverteidigung. Die Pfeilmacher. So. Und später kommen dann auch ein paar. Hier. Pikenmacher hin. Pikenmacher hin. Die sich dann für den Rest kümmern. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. So. Pech gibt's hier auch. Aber wir können kein Pech abbauen. Deswegen bringt uns das eben auch nichts. So. Das soll einfach unsere Mauer noch verstärken. Wir müssen auf jeden Fall noch verstärken. Sonst wird das alles nichts. Ich bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Ja. In Bewegung. So. Ich ziehe doch noch kein Flammenfeuer. Das finde ich auch scheiße. Flammenschüssel. Das ist ein bisschen schade. Auf jeden Fall müssen wir unsere Nahrungsproduktion steigern. Das ist ganz wichtig. Könnt ihr theoretisch auch noch ein Dingsraum machen? Palissade. Mache ich einfach mal. So. Sieht extrem komisch aus. Sieht wirklich komisch aus. Aber das hindert dann diese Leiterfutzis da am hochklettern. Los Bäcker. Backt schneller. Ihr seid die schnellsten Bäcker der Welt. Es muss nicht gut schmecken. Es muss einfach nur nahrhaft sein. Hier schon wieder. Wie konntet ihr ohne mein Wissen hierher gelaufen? Wie dem auch sei. Ich werde Truppen aussenden, die euch ins Jensee verfördern. Was? Sowas würdet ihr tun? Sowas tust du? Ja. Jetzt nehme ich hinterhält dich. Also. Sieht aber auch, es ist nicht viel zu erzählen gerade. Was? Was wir da machen? Ich gucke einfach nur, dass wir eine vernünftige Verteidigung haben. Waaaaaah! Äh, das sind aber nicht... Ja, okay, hier müssen wir auch ein bisschen viele. Mein Herr! Weiter! Los, hoch. Oh nein, Katapulte. Nicht schön. Auf jeden Fall heilt schon mal die Palissade und ein bisschen die Soldaten ab. Genau, das soll sie ja. Und vor allem auch die Leitertypen. Los, weilung. Bam. Und dafür sind halt die Polisaden, äh, Polisaden, die Schwertkämpfer holen. So, okay. Ganz einfache. Ganz einfach. Gucken wir mal, dass wir die Mauer ein bisschen neu ziehen. Mann, wie weit ist denn da vongedrungen? So, von hier. Parieren wir mal. Ja, also nächstes Mal brauchen wir noch ein paar mehr Soldaten. Keine Veränderung in der Schatzkammer, Malort. Weil ich produziert ja Bögen ohne Ende, aber ich kann... So, fangen wir jetzt hier. Keine Veränderung in der Schatzkammer, Malort. Bin zur Stelle. Bogen schützen bereit. Mein Bogen ist euer. Ja, scholl nicht unten. Passt mich schon. Aber langsam wird's auch mit dem Dings knapp. Mit dem Mehl knapp. Aber da unten passt ja nichts mehr hin. Das ist ja so wenig. Ach, das ist ja so wenig. Ach, so sand kann ich auch. Wie komisch ist das denn? Ich bin zur Stelle. Ich verändere mich, wo du mir nötigst. Ich verändere mich, wo du mir nötigst. Ich verändere mich, wo du mir nötigst. Hol' ich eigentlich Holz? Ach da, okay. Los, beeil euch! Mein Herr, in Beweg eure Befehle. Bin zur Stelle. Kommen wir jetzt hier. Eine Botschaft der Ratte. Nun seid ihr besorgt, was? Meine Truppen werden euch bald überwältigen. So. Bezweilung. Ich brauche auf jeden Fall ein paar mehr Rekruten. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Komm jetzt. Also, das ist ja zu kotzen, wie lange die brauchen. Es werden Rekruten benötigt sein. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Die Truppen der Ratte greifen an. Es werden Waffen benötigt sein. Ja. Rücken aus. Bogenschützen bereit. Los geht's. Ich bin bereit. Ich bin bereit, alles zu töten, was mir entgegenkommt. Oh mein Gott. Das sind viele. Ich komme jetzt mal wenigstens schon mal einen Pikenmacher leisten. Oh, wie viele Bogenschützen. Was? Warum teilen die sich denn so fies? Tötet sie. Tötet sie. Die ganzen Bogenschützen müssen sterben. Hm. Gumm... Vergess die ganzen Schwerkämpfe. Bäm, alle zu uns Bäm Zürtet die Eifer da unten mal näher Zürtet die Eifer da unten mal näher Los jetzt Jetzt war der Schwer verletzt, aber der Feind wurde bezwungen Ich hätte wirklich gerne diese Feuertöpfe, mit denen ich dann Feuer schießen kann Und, ah gut, letztes Gefecht schickt kurz bevor Oh, das war's schon Eindruckt von eurer militärischen Leistung Ich habe selbst schon des Öfteren mit dem Gedanken gespielt, es dieser erbärmlichen Rate zu zeigen Ich bin mir sicher, wir kommen zu einer beiderseitig zufriedenstellenden Übereinkunft So, und damit sage ich dann erstmal Das reicht für diese Woche Wir sehen uns dann nächste Woche Und bis dahin Ciao